Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Es ist Sabine Folge 2, die wir vielleicht unter den Titel große Verbrecher stellen können. Ja, guter Titel. Denn wir haben zu Gast Erich Vollart. Der Sie alle kennengelernt hat. Der Sie alle kennengelernt hat. Freut mich sehr, da sein zu dürfen. Unter oft sehr besonderen Umständen. Und in dieser Folge begegnen wir einem Mann, den ich immer schlecht gelaunt in Erinnerung habe, wenn ich Bilder von ihm sehe. Aber gut aussehend. Mit heruntergezogenen Mundwinkel, mit einem finsteren Blick. Aber gut aussehend. Sagst du? Ja, sag ich. Ein richtiger Gutausseher. Am Schluss dann nicht mehr so, weil als er dann eltlich wurde, hat er dann nicht mehr gut ausgesehen, hat er dann so dicke Backen gekriegt und so. Aber wer von uns sieht dem Alter gut aus? Aber als er jung war, sah er richtig gut aus. Umgeben von vielen Frauen, denn er misstraute den Männern. Und darum hatte dieser mächtige Mann eine Leibgarde, eine Amazonengarde aus lauter Frauen um sich herum. Und jetzt können wir das Geheimnis lüften. Muammar al-Gaddafi. Über ihn wollen wir sprechen. Gewaltherrscher in Nordafrika. Ein Mann, der wahnsinnig lange an der Macht ist. Man kann sagen, von 1969 bis zu seinem Tod 2011. Insgesamt glaube ich 42 Jahre war er dran, ja. Unfassbar. Aber du hast auch sehr lange gebraucht, um an ihn heranzukommen. Erzähl uns die Geschichte dieser Begegnung. Ja, Gaddafi ist kein ganz leichter Interviewpartner, wenn man ihn mal hat. Aber auch, um an ihn heranzukommen, ist es nicht so ganz einfach. Er hatte viele, viele Interviewanfragen von europäischen großen Zeitschriften und Zeitungen. Manchmal hat er Leute eingeladen, warten lassen und sie wieder nach Hause geschickt. Manche hat er gar nicht irgendwie wahrgenommen. Und dann hat er ein oder zwei Interviews gegeben, sodass ich irgendwie Hoffnung hatte, es könnte mal funktionieren. 1990 schließlich bekommst du eine Einladung nach Libyen. Und bist dann wohin geflogen? Nach Tripolis. Nach Tripolis in die Hauptstadt. Das ist die Hauptstadt. Und Libyen war damals No-Go-Area. Also man kam weder als Tourist, schon gleich gar nicht, aber auch als Journalist nicht rein ohne besondere Beziehung, beziehungsweise ohne eine Einladung, ohne die Botschaft, die sich dann plötzlich bereit erklärt hat, das in die Wege zu leiten. Und ich bekam ein Sieben-Tages-Visum, was natürlich mir irgendwie sagte, innerhalb der sieben Tage muss es auch funktionieren. Und ich habe die ersten Tage und dann den fünften und den sechsten Tag Blut und Wasser geschwitzt. Und die Ankündigung war, es kann jederzeit passieren, Tag und Nacht. Gaddafi als Nachtmensch war sowieso verdächtig, dass er einen irgendwie um drei Uhr morgens rausholt. Aber es war dadurch natürlich auch ein Hotelaufenthalt, der mich gezwungen hat, zwischen der Bar, die es nicht gab, und dem Coffeeshop und dem Restaurant hin und her zu pendeln und einfach darauf zu warten, wann kommt der Anruf. Und im Zimmer vor allem. Aber du bist jeden Tag angerufen worden, ne? Ja, aber eben immer vertröstet worden. Und das waren ja leider noch nicht die Handyzeiten. Man konnte wirklich nicht weg und musste in dem Hotel sich aufhalten. Also im Prinzip musstest du denen im Telefon sitzen? Ja, ja. Mehr oder weniger? Also wie gesagt, zumindest im Hotel, ja. Da habe ich alle schon so kirre gemacht, dass sie mich ausgerufen hätten. Aber es war so, man kam nicht weg. Das Hotel Al-Kamir, wie war es denn da? Ist das so ein angenehmes Haus oder? Ja, das erste Haus am Platze, viele arabische Gäste, keine Westler, manche etwas dubiose Figuren, die möglicherweise Waffenhändler oder sonst irgendwas waren. Aber kein eigentlich Publikum, wie man es normalerweise in einem großen internationalen Hotel vorfinden würde. Ich bin übrigens dann doch eines Tages, habe ich mich eine Stunde wegbegeben, weil ich die Ruinen sehen wollte außerhalb von Tripolis. Das geht eigentlich nicht, dass man in einer Stadt ist und dann wieder weggeschickt wird, ohne irgendwas gesehen zu haben. Buchstäblich bis zum siebten Tag, bis in die Nacht hinein, habe ich warten müssen. Aber du hattest jetzt kein Ausgangsverbot oder so, du warst einfach an dieses Telefon gefesselt. Es wäre irgendwie sehr unangenehm gewesen, er hätte mich irgendwie aufrufen lassen und ich wäre gerade in dieser Stunde oder in diesem halben Tag nicht zur Verfügung gestanden. Mit Ruinen meinst du, die römischen Ruinen? Genau. Also jetzt nicht irgendwelche Kriegsruinen, wie wir es heute besichtigen können in Libyen, sondern eben antike Städten. Und ich finde es auch interessant, das Warten lassen. Das ist ja eine zutiefst lächerliche Maßnahme, dass man andere Leute, wir haben es ja jetzt auch, Erdogan lässt Putin warten, die ganze Welt sagt, schau mal, der muss warten. Und Putin lässt andere warten und jeder lässt jeden warten, um sich wichtig zu machen, um sich wichtig zu fühlen, um den großen Trommelwirbel für den eigenen Auftritt. Aber es ist doch zutiefst lächerlich letztlich. Es ist irgendwie eine sehr merkwürdige Art des Machtmissbrauchs oder Machtgebrauchs. Ich fress dir deine Zeit weg, heißt das. Ja, zu zeigen, dass man sich das leisten kann. Mal 45 Minuten, hat Putin ja auch gemacht. Oder andere, dass man auch andere Staatslenker sozusagen eine Stufe hinuntersetzt, indem er sich einfach warten lässt. Während man selber, so stelle ich mir das dann immer vor, hinter der Tür sitzt und Däumchen dreht. Ja genau, selber wartet. Und sich selber wartet und überlegt, wann lasse ich ihn jetzt rein? Man wartet die eigene Wichtigkeit ab. Du warst, lass uns ein paar Jahre zurückspringen. So beginnt nämlich deine Geschichte im Jahr 1976 im Land unterwegs und hast mit jemandem gesprochen, der nicht gefunden werden wollte. Es war sozusagen mein erstes Erlebnis mit libyschen Verhältnissen und das war in Ägypten, nicht in Libyen selbst. Es gab da einen Hinweis darauf, dass man Interviews oder dass ich ein Interview machen konnte mit einem libyschen Exzellenten, Dissidenten. Ich bin dann hingefahren nach Kairo und wurde dann von Ägypten betreut, die mich in eine Art Safehouse geführt haben, wo dieser Mensch lebte unter ägyptischer Aufsicht. Omar al-Mehashi. So hieß er. Und er war Planungsminister bei Gaddafi gewesen, viele Jahre lang und einer der Mitrevolutionäre, einer in dieser jungen Truppe der 20- bis 30-Jährigen, die damals den König gestürzt hatten. Dieser Omar al-Mehashi fand ich war eine sehr merkwürdige Gestalt. Er wirkte sehr ängstlich auf mich, hat kaum Formulierungen gefunden. Er hat immer nur gesagt, entweder erwischt er mich oder ich erwische ihn. Er erzählte dann, dass er mit Gaddafi sich auseinandergesetzt hätte und ihm gesagt hätte, es ginge so in Libyen nicht weiter, was auch schon ein sehr kühnes Konzept war, wenn es denn so gestimmt hat. Jedenfalls, er hat angedeutet, er hätte einen Putsch gegen Gaddafi versucht und hätte dann aus dem Land fliehen müssen. Und seine Grundaussage war, er oder ich, und es war eigentlich relativ klar, er konnte sich ja nicht durchsetzen da im Exil. Und er hat mir dann ein Jahr später, nach diesem kurzen, fast nicht sagenden Interview, hat er mir eine Post geschickt oder zukommen lassen, wo er gesagt hat, er hätte seine Widerstandsgruppe gegründet und er würde davon ausgehen, dass er irgendwann Libyen dann übernehmen würde. Ich habe es nicht geglaubt, es ist auch nicht so gekommen. Was aber richtig war, ist, dass er gefährdet war und zwar sehr stark sein Leben und zwar durch Gaddafi. Der hat ihn nämlich über einen marokkanischen Geheimdienst entführen lassen aus Ägypten, als die Ägypter mal nicht mehr so aufgepasst haben. Er hat ihn in seine Hauptstadt gebracht, hat ihn foltern lassen und ihn totprügeln lassen und hat im Nebenraum, so hieß es später jedenfalls, zugesehen oder zugehört, was seinem Konkurrenten und Putschisten da passiert ist. Warum wollte er putschen? Ich glaube, es ging einfach um Macht und es ging darum, dass Gaddafi sich innerhalb seines Kabinetts auch nicht sehr kooperativ gezeigt hat, sondern immer mehr Macht an sich gerissen hatte und seinen Ministerien verordnet hat, was sie zu tun haben und keinen eigenen Etat. Letztlich, denke ich, war es eine Ego-Geschichte über, wer ist der Bessere, der in Libyen regieren kann. Ich denke, die ist ziemlich klar für Gaddafi ausgegangen. Du hast schon angedeutet, als junge Männer arbeiten die zwei eng zusammen, denn es geht darum, die Verhältnisse in Libyen zu ändern. Wir müssen jetzt, glaube ich, für alle mal etwas über dieses Land erzählen. Wie sieht es da aus in Libyen und wie kam Gaddafi aus dem Nichts? Er war ja irgendwie Sohn eines Ziegenhirten, der nicht mal lesen konnte. Wie kam der aus dem Nichts an die Spitze dieses Staates? Genau, das ist die erstaunliche Geschichte. Also erst mal Libyen ist, wie drückte es ein westlicher Diplomat so freundlich aus? Es ist eine große Büchse Sand. Und diese großen Büchse Sand gibt es, das kam allerdings erst später dann auf und da hatte Gaddafi unheimliches Glück dabei, gab es große, enorm große Erdölfunde und Erdgas, so dass dieses Land dann später reich wurde. Aber das war noch nicht zu dieser Zeit. Er war ein Sohn der Wüste, Gaddafi, aufgewachsen in sehr ärmlichen Verhältnissen, konnte kaum zur Schule gehen. Ein Beduinensohn. Ein Beduinensohn. Sein Vater, wie du schon sagtest, war Analphabet. Er hat sich dann hochgearbeitet, war ein guter Schüler. Nichts Dramatisches, aber er hat sich dann dafür entschieden, auch eine Militärlaufbahn. Wie kommt man als junger Mann aus diesem kleinen Ort namens Sirte, das war für ihn schon die Großstadt in der Nähe, er kam ja aus dem Beduinen-Dorf. Wie kommt man da an eine Karriere? Und er hat dann gesehen, dass dieses Land, sein Land, Libyen, besetzt war, italienisch besetzt war, dass die Italiener oder die Westmächte einen König eingesetzt hatten, der dieses Land diktatorisch und sehr inkompetent regiert hat. Und er war, glaube ich, 15 oder 16, als er sich zum ersten Mal gesagt hat, wir müssen einen Putsch machen, einen Militärputsch machen, wir jungen Leute. Dann kam er in die Militärakademie, war Mitte 20, Ende 20, war keinesfalls der große, charismatische Führer, aber er war im richtigen Moment am richtigen Platz. Von welchem Jahr reden wir denn jetzt? Geboren ist er 1942, also 1942. Wir reden von… Reden wir jetzt von 1960 etwa. Ein bisschen später. Er studiert zunächst mal, er fängt an zu studieren, studiert Geschichte und Rechtswissenschaften in Benghazi, das ist die zweitgrößte Stadt. Er bricht das Studium aber relativ rasch ab, weil er sieht, wie du gerade schon gesagt hast, mehr Chancen in einer militärischen Laufbahn und in der Militärakademie. Ja. Und dann gründet er einen Bund freier Offiziere, das ist 1966. Ist das der Anfang von allem? Ja, das ist der Anfang von allem und es ging dann auch relativ schnell. Ich glaube, im nächsten Jahr haben sie dann geputscht. Da ist er 26 Jahre alt, also so alt wie eine Tochter. Er ist ein junger Mann, er ist ehrgeizig, er sieht auch keine großen Hindernisse. Der König war, glaube ich, gerade sogar im Ausland. Und es war keine Machtstruktur, die man jetzt wegfägen musste, sondern es fiel ihm so fast in den Schoß und sein Offizierskameraden. War Libyen damals italienische Kolonie? Ja, de facto immer noch, aber es war ein König, der eingesetzt ist. König Idris. Genau. König Idris, der am 1. September 1969 stürzt, während er nicht im Land ist. Ein unblutiger Putsch. Ja. Also insofern kann man nur sagen, es war nicht so, dass es besonders schlimm war, was da passiert ist für Libyen, sondern eher, jedenfalls am Anfang, eine Hoffnung. Aber was bringt diesen Gaddafi, der ja in diesem Bund freier Offiziere einer von mehreren ist, was bringt den an die Spitze? Ist er von Anfang an der Wortführer? Sind es seine Ideen? Ist es sein Antrieb? Was bringt ihn an die Führung? Vielleicht seine Persönlichkeit, aber er ist derjenige, der am ehesten ein Konzept entwickelt, der darüber nachdenkt, wie es da weitergehen soll und dem es gelingt, um sich herum so eine Art Aura zu schaffen. Er hat offensichtlich so viel Persönlichkeit gezeigt, dass die anderen nicht anders konnten, als ihm zu folgen. Ich glaube nicht, dass er der große Denker war, hat sich ja später auch herausgestellt mit seinem grünen Buch, seiner ganzen Konzeption des Regierens, das war eigentlich mehr oder weniger dürftig, lachhaft. Über das grüne Buch reden wir noch, dem Buch begegnest du ja, auf besondere Art und Weise. Lass uns doch einmal kurz in dieser Zeit bleiben. Was jetzt passiert, ist quasi ein Umbau Libyens, nämlich da gibt es dieses Königreich, im Hintergrund die Italiener. Und jetzt versucht Gaddafi, das in einen sozialistischen Staat umzubauen. Ja, und zwar in einem sozialistischen Staat, der praktisch von Räten regiert wird, von Menschen. Also seine Idee war, dass das Volk sich selbst regiert. Nun war er nicht so blauäugig, dass er gedacht hat, das kann man sofort im nächsten Tag durchsetzen, sondern er hat es in verschiedenen Stufen haben wollen. Aber seine Idee war, und das hat er auch mir gesagt, ich regiere dieses Land ja nicht selber. Ich bin nur jetzt an dieser Spitze. Im Grunde regiert sich das Volk selbst. Klingt wahnsinnig urdemokratisch. Ja. Merkwürdig, dass es dann in eine Gewaltherrschaft mündet. Er hat sich als Urdemokrat gefühlt, aber er hat sich auch missverstanden gefühlt. Er hat immer gedacht, das Volk zieht nicht so richtig mit, was stimmte. Vor allem, als dann die großen Erdölvorkommen war, das war zwar ein Geschenk für Gaddafi, weil er dem Volk jetzt alles zurückgeben konnte. Ganz stabilisierte Herrschaft. Ja, natürlich. Er hatte wahnsinnig viel Geld. In Saudi-Arabien heute. Ein Rentensystem hat er da aufgebaut, Gesundheitsfürsorge war umsonst. Diese ganzen Wolfsstaaten leben ja davon. War umsonst. Er hat ja immer darunter gelitten, wie wenig Libyja es gibt. Das waren, glaube ich, vier Millionen damals. Auf diesem riesigen Gebiet, vier Millionen. In der arabischen Welt und, glaube ich, im Promillebereich der islamischen Welt. Und er hat immer gedacht, dieses Land ist zu klein, beziehungsweise dieses Volk ist zu klein für ihn. Also ein Land ohne Volk. Dieser Umbau schreitet jetzt so allmählich fort. Es gibt so Islamisierungskampagnen auf der anderen Seite. Also die Religion soll wieder eine größere Rolle spielen. Auch das ist wahrscheinlich eher so machtstabilisierend gedacht, oder? Er hat nämlich darauf geachtet, dass kein islamischer Geistlicher oder Führer auch nur in die Nähe der Macht kam. Die hat er zum Teil umbringen lassen, zum Teil ins Ausland gebracht, zum Teil ins Gefängnis geworfen. Gleichzeitig hat er pro forma eine Islamisierung. Islam ist das, was die Welt zusammenhält. Islam ist die Religion der Zukunft. Überhaupt bin ich als Führer dieses Landes ein Teil des Islams, ein Teil der grünen Revolution, ein Teil der arabischen Welt. Und wir müssen von uns aus hier die Welt erobern. Das war tatsächlich seine Fantasie. Er hat ja auch die Grenzbefestigungen zu Tunis sprengen lassen, um sein Land zu vergrößern und um das Volk zu vergrößern, oder? Er wollte ja eine arabische Welt. Ja, nicht nur. So ist natürlich eine arabische, möglichst alle arabischen Staaten, Eingemeinden. Mit Ägypten hat er es versucht, mit Tunesien hat er es versucht, mit Marokko hat er es versucht. Aber niemand wollte was von ihm. Niemand wollte es so richtig, weil er galt damals schon als exzentrisch im Bestfall, als nicht berechenbar. Es gab keinen Anlass für die Ägypter zu sagen, wir wollen jetzt unter die Herrschaft Gaddaf hießen. Das hat ihn sehr gekränkt. Er hat geglaubt, dass er derjenige sein könnte, der das alles zusammenhält. Alexander der Große von Tripolis. Ja, ein bisschen so. Und er hat das aber ganz formal auch weitergetrieben. Er ist durch Afrika gefahren und hat versucht, Länder nicht nur zu bestechen, sondern im wahrsten Sinne einzukaufen für seine Politik. Und letztlich eben doch das Reich zu vergrößern, bis hin zu dieser absurden Art, seine Grenzfestigung da einzureißen. Es gibt so zwei öffentliche Bilder von Gaddafi. Also zwei Erscheinungsformen, würde ich das mal nennen. Es gibt diesen Gaddafi in einer Uniform, die man eigentlich nur eine Fantasieuniform nennen kann. Operettenuniform. So mit Orden behängt und betresst und vergoldet ist dieses Ding. Also eine fast an Lächerlichkeit grenzende Erscheinung militärischer Macht. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es diesen Gaddafi im Beduinengewand. Ja, und hat er nicht auch Zelte aufstellen lassen in New York oder auch in München? Ja, jetzt kommen wir zu Gaddafi, dem Exzentriker. Wir müssen nochmal zurück zu dem Politiker, der die Welt ja mit Terror durchaus auch überzogen hat. Aber der Exzentriker ist natürlich das, was uns fasziniert hat. Also uns alle fasziniert hat. Da kam einer aus der Wüste, hat sich als Sohn der Wüste bezeichnet. Aber auch suggeriert, ist nach Belgrad zu einer Tagung der neutralen Länder gefahren mit Kamelen, mit seinem Zelt, das er da aufgebaut hat, hat seine Kamelen und Zelt tatsächlich auch nach Paris einmal zum Staatsbesuch mitgebracht. Ich erinnere mich auch daran, er hatte auch diese langen, wunderschönen Gewänder des Nahen Osten. Das war seine Welt, das war seine Nomadenwelt, seine reine Welt. Das darf man sich auch nicht zu sehr darüber lustig machen, weil es hatte natürlich was für sich. Er kam aus dieser Reinheit und hat immer auch versucht, diese Korruption in dem Sinne, war nicht seine Sache, sondern diese Reinheit der Wüste, diese Gedanken so zu übertragen auf den Staat und auf die Welt am liebsten. Meine Kraft kommt aus der Wüste, hat er doch so gesagt. Und dann hat er auch ganz merkwürdig exzentrische Sachen. Einmal ging er, ich glaube, zur Arabischen Liga, wo er keinem die Hand geben wollte und dann tauchte er auf mit einem weißen Handschuh wie Michael Jackson und hat damit nur alle in den Hand geschüttelt, weil er gefürchtet hat, dass irgendwelche Viren auf ihn übertragen werden. Juden hat er grundsätzlich nicht die Hand gegeben. Das war Gaddafi in seiner Welt, eine sehr antisemitische Welt, eine sehr islamische, aber vor allem eine sehr arabisch-exzentrische Welt. Wir haben schon gesprochen über Gaddafi, den jungen Revolutionär. Wir sprechen über Gaddafi, den Exzentriker. Aber es gibt noch diesen dritten Gaddafi, den Terroristen, der die Welt in Schrecken versetzt. So ist es. Gaddafi hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er Leuten wie Abu Nidal und Carlos eine Heimstätte bietet, Ausbildungslager. Für unsere Hörerinnen und Hörer, wer ist Carlos, wer ist Abu Nidal? Abu Nidal ist der brutalsten Palästinenserführer gewesen und Carlos ist einer der Terroristen, die die Welt mit Terror überzogen haben, überall. Denen hat er nicht nur Unterschlupf gewährt, sondern er hat sie auch aufgebaut. Er hat ihnen Lager zur Verfügung gestellt, wo sie sich bewähren und üben konnten. Aufrüsten konnten. Aufrüsten konnten. Aufrüsten konnten. Was war da vorher passiert? Mit der Rache ist es so eine Geschichte. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Und davor noch eine Vorgeschichte. Ja, davor ist doch eine Vorgeschichte. Die Amerikaner haben seine Stellung bombardiert. Er hat Flugzeugattentate mehrere durchgeführt. Pan Am, nicht ganz geklärt, war er aber sicher auch beteiligt. Aber zwischendurch hat er auch ein französisches Verkehrsflugzeug vom Himmel bomben lassen. Das waren also brutalste Terroranschläge. Hat er nicht auch die RAF unterstützt? Die RAF hat er auch unterstützt. Das war allerdings nicht ganz so sein Lebensmittelpunkt. Arabische Terroristen, französische, afrikanische Terroristen, da war er immer dabei. Und zwar so, dass er in Tripolis bombardieren lassen. In diesem Angriff ist er selber ganz knapp entkommen. Ja, seine Tochter ist dabei ums Leben gekommen. Zum normalen Programm, das ich dann am siebten, also am Tag danach, ich kriegte noch einen achten Tag, dann machen durfte oder musste, gehört auch die Besichtigung dieser Trümmer. Da hat er nie was dran gemacht. Die mussten sich alle… Die Trümmer seines Palastes, die damals von der Luftmine… Genau. Und das Schlafzimmer seiner Tochter, das getroffen wurde, wo die ums Leben kam und wo er buchstäblich nur um wenige Meter entfernt sein Leben retten konnte. Der Bombenanschlag auf die Diskothek Labelle in Berlin ist am 4. April 1986. In welcher internationalen Situation ist Gaddafi in diesem Moment? Ist er komplett isoliert? Gaddafi würde sagen, ich war nie komplett isoliert. Er hat bei den revolutionären Bewegungen immer einen großen Rückhalt, weil er sie teilweise auch finanziert hat. Er hat in Afrika auch großen Rückhalt, weil er natürlich mit Geldern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um sich werfen konnte. Mit Ölgeld. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, wie gesagt, 4 Millionen. Er hat irrsinnig viel Erdöl, Erdgas exportieren können und auch dem Westen dadurch großen Gefallen getan, wenn Sie so wollen. Und mit diesen Geldern konnte er nicht nur ein Rentensystem, Gesundheitssystem, Ausbildungssystem im Land, sondern er konnte auch diese Gelder einsetzen für seine revolutionären Ideen in Schwarzafrika, in Westafrika, in der arabischen Welt. Vier Jahre später sitzt du, wir erinnern daran, im Hotel Al-Kabir und wartest auf den entscheidenden Anruf. Irgendwann kommt er. Der kommt. Und zwar in der Nacht. In meiner geplanten letzten Nacht. Ich glaube um neun wäre der Flieger gegangen, um eins oder um halb zwei hat er sich nachts gemeldet, beziehungsweise seine Leute sich gemeldet. Standen auch schon gleich unten, haben mich abgeholt und mich dann zu seinem Hauptquartier außerhalb der Stadt gefahren. Das war, ist mir gleich aufgefallen, sehr, sehr gut gesichert. Ich musste auch durch zwei Sicherheitskontrollen. Man hatte auch den Eindruck, da gab es Luftabwehr. Also er hatte schon versucht. Das sollte ihm nicht nochmal passieren. Nee, das sollte ihm nicht normal passieren. Und auch kein Attentat irgendwie eines Journalisten. Und ja, dann kam ich auf dieses Militärgelände und auf diese Militärgelände stand ein großes Zelt. Ah, Überraschung. Keine Überraschung, wenn Sie es wollen, oder doch. Die müsste lebt. Und man hatte irgendwie gedacht, so ein Militärgebäude, so ein Militärhauptquartier besteht irgendwie aus Kasernen oder so. Tat es auch außenrum. Aber in der Mitte auf dem großen Platz stand sein Zelt. Und dieses Zelt war durchaus luxuriös. Es lief CNN, hat der Farbfernseher da. Es gab komischerweise alte Öfen, alte Öfen, die mit Holz, glaube ich, beheizt waren. Nachts kalt. Ja, es war nachts kalt. Ja, es gab diese sehr schönen Teppiche. Auf diesem einen Bild, das ich mitgebracht habe, sieht man die auch noch. Ach ja, ich kann vielleicht hier an dieser Stelle anmerken, alle Bilder zu unserer Trilogie hier kann man sich in unserem Newsletter angucken. Ja, es war also keine Atmosphäre irgendwie. Dritte Welt, schlechtes Zelt irgendwie. Übrigens vor dem Zelt stand ein BMW 735. Also wir befinden uns hier durchaus in einer luxuriösen, auch westlich geprägten Umgebung. Wie gesagt, er hat CNN geguckt, nicht etwa irgendwelche arabischen Sender. Es gibt ja Momente, in denen ein Gastgeber, wenn er einen Gast empfängt, mit der ersten Begegnung ein Signal setzen will. Also wo er sich überlegt, sitze ich? Stehe ich? Wo stehe ich? Komme ich dem entgegen? Lasse ich ihn reinkommen? Und hattest du das Gefühl, das war so aufgeladen? Wie ist er dir entgegengetreten? Ich glaube, er hat sich nicht wohl gefühlt. Aber er hat sich entschieden, das Interview zu machen. Und er wollte eine gewisse distanzierte Höflichkeit demonstrieren. Er hatte vor sich sein grünes Buch, das er geschrieben hatte, das er mir nachher unterschrieben hat und in die Hand gedrückt hat. Das ist eine Mao-Bibel. Sozusagen, ja. Und er war sehr konzentriert während des Gesprächs, hat aber sich trotzdem nicht gescheut abzuschweifen und seine kruden Theorien, seiner grünen Theorie der Weltherrschaft auszubreiten. Er wollte höflich sein, aber er wollte auch nicht zuvorkommend erscheinen. Wie hast du ihn denn angesprochen? Exzellenzrevolutionsführer, das hatte man mir gesagt, ist die offizielle Variante, die solle ich wählen. Und du hast einen Übersetzer an deiner Seite. Welche Sprache sprecht ihr miteinander? Wir sprachen Englisch mit dem Übersetzer und der kann ich natürlich nicht überprüfen, wie genau er wie die kritischen Fragen übersetzt hat. Aber ich gehe mal davon aus, ich habe schon gemerkt, wenn Gaddafi etwas die Stirn runzelte oder zur Seite blickte oder in die Weite blickte, wenn ihm was nicht passte. Grüne Revolution, da darf man sich jetzt keine Rotoren vorstellen und keine Solarpanele, sondern grün ist das Buch, das er geschrieben hat und danach geht die Farbe. Ja. Was steht denn da drin in dem Buch? Ich glaube, er wollte mit grün auch noch ein bisschen Koran und so, also in der Größenordnung. Mao Bibel ist schon nicht schlecht und Koran wäre, glaube ich, ihm als Vergleich auch sehr gut zurechtgekommen. Ja, ich habe hier das Cover vor mir liegen dieses Buches. Man kann es noch antiquarisch erwerben. Sollte jemand tief einsteigen wollen in den Gedanken, sei dieser Hinweis erlaubt. Aber schon auf dem Cover ist die Kapiteleinteilung dieses Buches zu lesen. Es gibt drei große Kapitel. Kapitel 1, die Lösung des Problems der Demokratie, die Volksmacht. Kapitel 2, die Lösung des ökonomischen Problems, der Sozialismus. Kapitel 3, die soziale Basis der dritten Universaltheorie. Um Gottes Willen, was ist eine dritte Universaltheorie? Eigentlich ist es das alles schon, was da draußen wird. Viel tiefer, viel tiefer. Es ist auch ein sehr dünnes Büschlein. Nein, in dem Ernst, ohne sich zu sehr lustig zu machen über seine Theorien. Als das grüne Buch rauskam und er es verteilt hat überall auf der Welt, haben die Leute alle den Kopf gestellt und gesagt, was ist das denn? Also es ist kein Gedankengang, den ich jetzt so erzählen könnte, der mir irgendwie schlüssig erscheint. Wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, das Volk regiert sich selbst. Es gibt diese merkwürdigen Räte. Es gibt diese Demokratie, die sich selbst erledigt, wenn der Herrscher sozusagen sich zurücktritt, weil alle in Wahrheit schon gefolgt sind. Was Gaddafi zutiefst verbittert hat, weil er immer gesagt hat, sein Volk hat ihn nicht verstanden. Sein Volk will luxuriöses Leben, das passt ihm überhaupt nicht. Sein Volk will nicht Entbehrung, sein Volk sucht irgendwelche Zerstreuung. Genau, beim Fußball alles nicht erlaubt und alles irgendwie gegen seine Gedankengebäude. Ja, die große Weltordnung, die sollte darin bestehen, dass die dritte Welt, wie man damals noch sagte, dass die armen Länder sich jetzt aufrichten und gegen die alte Welt, gegen den Westen, auch gegen die Sowjetunion, aber vor allem gegen den Westen aufstehen. Er hat mir gesagt, während des Interviews waren es wenige Sätze, die wirklich diskussionswürdig oder beziehungsweise Zitatwürdig waren. Er hat da gesagt, mit dieser Theorie würde er sich an die Spitze setzen einer Bewegung, die die alte Welt sei zu Ende und die neue würde beginnen und die alte Welt sei die westliche und die neue sei die der Entwicklungsländer der sogenannten dritten Welt. Die USA ist der Inbegriff alles Bösen, hat er dir gesagt, und wir haben ein Recht auf die Atombombe. Ja, das hat er später dann übrigens auch aktiv verfolgt, aber dann kam der Gaddafi, der durchaus auch Realitätssinn hatte. Er hat gedacht, bei diesen Labell-Geschichten, bei seinen anderen Terroranschlägen, das fällt nicht auf ihn zurück, das fällt auf die entsprechenden Terroristen zurück. Er hat immer gedacht, wenn er sich die Atombombe sichert, da kann er bis zu einem bestimmten Punkt gehen und dann wird er sehen, wie die Welt reagiert und die Welt hat reagiert. Der amerikanische Geheimdienst hatte später ein Schiff abgefangen. Er war relativ weit schon mit seinen Ideen und auch mit seiner Herstellung, mit der Fabrikherstellung atomarer Gegebenheiten. Er hat dann sich schon Uran beschafft, es waren alle Bedingungen eigentlich schon erfüllt. Er war schon eine nordkoreanische Pfad eingeschlagen. So ist es, so ist es. Und er hat zwischendurch, das darf man nicht vergessen, ja auch an einer Giftgasfabrik, teilweise hieß es auch mit deutscher Hilfe, an einer Giftgasfabrik gearbeitet. Aber diese Atomgeschichte, als er gemerkt hat, es wird ernst, die Amerikaner machen was, er wird das nicht durchsetzen können. Der Westen wird das ihm nicht erlauben. Und da hat er aufgegeben. Da hat er zurückgedreht und hat sich gesagt, der Machterhalt für mich ist wichtiger. Vielleicht hat er auch schon gespürt, dass es mit der Macht doch endlich ist, es irgendwann mal zu Ende gehen kann. Darauf kommen wir später. Zunächst möchte ich auf ein Bild kommen, das vor mir liegt. Das zeigt das grüne Buch auf ganz besondere Art und Weise, nämlich auf einem deutschen Eishockey-Trikot. Auf dem Trikot des ECD Iserlohn. Wie um Gottes Willen kommt dieses Buch? Ich würde sagen, eines dahin. Das ist der große Grätsel der Menschheit. Gaddafi hat aus nicht erklärlichen Gründen Eishockey als eine Sportart entdeckt, die ihm irgendwie imponiert hat. Liegt ja nahe als Wüstensohn, sich für Eishockey zu interessieren. Ja, irgendwie hat er gedacht, da kommt er nicht ran oder das ist so fremd und so irgendwie exotisch, dass er das fördern muss. Wie er auf Iserlohn nun direkt kam, auch nicht unbedingt der Top-Club meines Wissens. Aber Deutschland hat ihm imponiert. Iserlohn und Eishockey war eine der merkwürdigsten Abweichungen seiner exzentrischen Geschichte. Ich bin kein Eishockey-Experte, aber ich habe kurz nachgelesen und mögen alle Eishockey-Historiker mir verzeihen, wenn das so nicht stimmt in jedem Detail. Die Geschichte geht jedenfalls so. Der ECD Iserlohn stand kurz vor dem Konkurs. Man brauchte dringend Geld. Und da kam jemand, der Geld hat, der ein Buch hatte, für das er weltweit werben wollte. Und tatsächlich ist dieses Trikot nur bei einem einzigen Spiel zum Einsatz gekommen. Ein Spiel später war der ECD Iserlohn tatsächlich pleite. Hat nichts mehr genützt. Also viel hergegeben scheint er ja nicht zu haben. Nee. Man weiß gar nicht, ob da Geld geflossen ist. Man hätte nochmal nachschießen müssen, oder? Aber interessant ist ja, dass seine Kinder häufig in Deutschland waren und sich da auch wie Sau benommen haben. Also soweit ich mich entsinne, hat sein Sohn Hannibal-Verbot gehabt, das bayerische Land nochmal zu betreten und so weiter. In dieser Familie hat man gedacht, es gibt keine Grenzen. Also jedenfalls nicht für jemanden, der Gaddafi heißt und der kann sich alles erlauben. Der Moment, an dem Gaddafi seine Atompläne aufgibt, der Moment, in dem auch seine Isolation endet, Tony Blair taucht plötzlich in Libyen. Ja, das darf man nicht vergessen. Gaddafi bleibt ja ein interessanter Staatsmann. Und das Land bleibt eine interessante Quelle für Energie. Und deswegen hat man sich im Westen durchaus auch besonnen, Italiener vorneweg. Aber dann Tony Blair war, glaube ich, der erste Premierminister, der erste Staatsmann, der dann bei Gaddafi aufgetaucht ist. Und wenig später Gerhard Schröder. Gerhard Schröder dann auch, ja. Wir haben alle geschaut, was wir denn mit diesem Libyen anstellen könnten und wie wir davon profitieren könnten. Und wie wir den Fluss des Öls sichern können. So ist es. Von dem wir abhängig waren. So ist es, ja. Dann passiert etwas, was uns allen, als wir hingeschaut haben, ganz große Hoffnung gegeben hat. Es begann der arabische Frühling. In Tunesien. So ist es, ja. Der dann aber auf fast alle arabischen Länder übergriff. Ich glaube, Gaddafi hat das sehr gefürchtet. Er hat es nicht kommen sehen. Das Volk regierte jetzt mal selbst. Ja, so ist es. Aber nicht in dem Sinne, glaube ich, wie er es sich vorstellte. Er wollte da immer noch eine Rolle spielen als Moderator an der Spitze. Ich glaube, der arabische Frühling war etwas, was ihm völlig fremd war. Die Art und Weise, wie das in Ägypten sehr schnell zu Ende ging mit Herrn Mubarak. Das war ja innerhalb von zwei, drei Wochen vorbei. Also die Revolution hat es sehr schnell gesiegt. Was immer dann daraus geworden ist, ist eine andere Geschichte. Aber das Wegfegen der alten Herrscher und der alten Herrschaften ging sehr schnell. Gaddafi hat das gefürchtet. Assad ja übrigens auch. Manche andere haben das so nicht kommen sehen und nicht die Folgen so bedacht. Wie ging es, also ich habe da ja relativ naiv drauf geguckt, jedenfalls komme ich mir im Nachhinein so vor. Weil bei mir hat das wirklich große Hoffnungen geweckt. Wie ging es dir denn als erfahrenen politischen Beobachter? Ja, ich war in der Zeit auch zwischendurch in Kairo und es war großartig. Also es war auf dem Platz. Die jungen Leute haben sich zusammengefunden über Instagram, über andere Dienste. Haben sich zusammen telefoniert, aber meistens eben schon über die neuen Medien. Und ich weiß noch, eines Tages sagte man mir, auf dem Kairoer Platz werden sich 20.000 vielleicht an dem Abend versammeln. Und es waren 150.000. Es hat wie ein Lauffeuer um sich gegriffen. Die Vernetzung war großartig. Und es war gleichzeitig der Abstieg dieser Autokraten zu spüren. Also die haben zwar da noch reingehauen, Mubarak durchaus noch, mit Briten und Polizei. Wenn ihr euch erinnert. Aber es war nicht mehr der Wille, da hineinzuschießen in die Massen. Und dadurch ist es sehr, sehr schnell gegangen, dass diese Regime weggefegt wurden. Was geschah mit seinem Regime, mit Gaddafis Regime? Ja, Gaddafi hat versucht, noch alles zusammenzuhalten mit zusätzlicher Brutalität. Ihm ging aber ein Teil des Landes, erstaunlicherweise Benghazi, der Teil, in dem Sirte, wo er geboren wurde, wo er studiert hat, Und der Teil ging ihm verloren, weil er nicht mehr geschafft hat, die Stämme im Land sozusagen zusammenzueinden. Um Benghazi rum waren andere Stämme jetzt plötzlich sehr, sehr mächtig geworden, Die natürlich auch auf das Erdöl geschielt haben. Es war ein Machtverfall, der sich abzeichnete. Und gleichzeitig eine solche zusätzliche Brutalisierung, dass die Welt zurecht fürchten musste, Dass Gaddafi mit Flugzeugen, Kampfflugzeugen, mit Truppen in Benghazi, in die zweitgrößte Stadt, reingeht und einen Massaker anrichtet. Das war der Wendepunkt. Und in dem Moment schreitet der Westen ein, und zwar gewaltig. Ja, in dem Moment schreitet der Westen ein und interessanterweise nicht gegen die Sowjetunion. Das war erstaunlich, weil der Westen wollte eine Flugverbotszone, was Gaddafi unmöglich gemacht hätte, Benghazi zu bombardieren. Und gleichzeitig dem Westen natürlich die Möglichkeit gegeben hätte, alles zu machen, was er wollte. So ist es dann letztlich auch gekommen. Diese Flugverbotszone brauchte man einen UNO-Beschluss, einen Sicherheitsratsbeschluss. Und wir wissen, da kann es immer jemanden geben, der ein Veto einlädt. So ist es. Chinesen und Russen sind ziemlich bekannt dafür, dass sie das in dem Fall machen. Die Chinesen hat es nicht so sehr interessiert damals. War ja später in Syrien auch so. Ja, die Russen hat es aber sehr interessiert und Putin war angeblich dagegen, dieses zuzulassen. Sein damaliger Präsident, es gab ja diesen Wechsel damals zwischen Medvedev und Putin, wobei Putin immer der Stärkere war. Aber Medvedev hat sich interessanterweise von Joe Biden, dem damaligen Vizepräsidenten… Wahnsinn, wie lange die sich alle schon kennen. Ja, Joe Biden hat den Medvedev überredet. Man kann vielleicht auch sagen, verbal über den Tisch gezogen und hat gesagt, lass uns das doch mal machen. Medvedev hat zugestimmt. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass er jetzt heute, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr was Medvedev jetzt so sagt, Medvedev ist ja kurz davor, den Abwurf der Atombombe über Ukraine zu fordern. Er ist der größte Scharfmacher geworden. Damals war er derjenige, der dem Westen geholfen hat, diese Flugverbotszone durchzusetzen. Russland hat sich enthalten, die Flugverbotszone kam und die NATO, muss man sagen, hat diese Flugverbotszone auch sehr, wie soll man sagen, kreativ ausgenutzt. Es wurde nicht nur Benghazi gesichert, sondern es wurde praktisch das Regime von Gaddafi beseitigt. Ja, Gaddafi muss fliehen. Am 20. Oktober 2011. Und wohin flieht er? Er flieht heim, da wo er hergekommen ist, nach Sirte. Genau. Er schaut, wo er am meisten Anhänger noch hat. Er versucht, auf Umwegen aus der Stadt zu kommen, was ihm gelingt, aus Tripolis zu kommen. In einem Konvoi, der dann beschossen wurde, oder? Genau. Es wurde dann bekannt, welcher Konvoi das ist. Er wurde beschossen. Er musste da wieder fliehen. Es war klar, es geht zu Ende, aber es war nicht klar, wie geht es zu Ende mit Gaddafi. Und wie das dann passiert, ist eine der grausamsten Geschichten, die man sich vorstellen kann. Also, Gaddafi hat sich in einem großen Abflussrohr versteckt. Er war damals Ende 60. Er wurde bombardiert und ist aus dem Auto raus, weil es im Auto lebensgefährlich wurde und ist dann in ein Abflussrohr gekrochen, das am Wegesrand war. So ist es. Und dieses Abflussrohr, so ein riesiges Ding, da konnte man ihn nicht sehen auf Anhieb, aber die Rebellen damals, wahrscheinlich auch mit Hilfe von NATO-Aufklärung, haben festgestellt, wo das ist und haben ihn da aufgespürt. Und dann kommt eine Geschichte, die man im Detail gar nicht so erzählen kann, erzählen will, weil sie noch nicht ganz fest steht, aber er wurde da keinesfalls irgendwie erschossen oder nur erschossen, sondern er wurde vergewaltigt. Er wurde mit Stangen und Gewehren in den After getreten. Er wurde gedemütigt und er wurde dann auch von einem Schuss getroffen, an dem er dann später gestorben ist. Es war ein erbärmliches Ende und nun muss man nicht allzu viel Mitleid haben, vielleicht, wenn man sich anschaut, was Gaddafi so angerichtet hat auf der Welt, auch die Terroropfer alle bedenkt. Aber es war ein wirklich grausames Ende. Es war eine zur Schau gestellte Folterung und Tötung, denn es gibt Videos von diesen Szenen, es gibt Bilder, die im Netz kursieren von diesen Szenen, es gibt Bilder des Leichnams von Gaddafi, blutüberströmt. Es ist ein Ende eines Despoten, das, glaube ich, auch anderen Despoten sehr viel Angst gemacht hat, vor allem einem. Ihm selber hat aber auch schon das Ende eines Despoten Angst gemacht, nämlich das Ende von Saddam Hussein, den man ja auch aus einer Grube rausgeholt und in seine Bestandteile zerlegt hat. Es gibt ein paar Beispiele, Ceausescu, der dann erschossen wurde ohne oder mit einem Scheinprozess von einer halben Stunde, mit seiner Frau Saddam Hussein, mit der Hinrichtung der Offiziellen sozusagen. Aber wenn man das überhaupt noch abstufen kann und will, dann war natürlich Gaddafis Ende das Schrecklichste. Und wer hat sich davon so besonders beeindruckt gezeigt, von Gaddafis Ende? Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich habe in einem Buch von einem amerikanischen Ex-Botschafter in Moskau, der später CIA-Chef wurde, William Burns heißt er, der hat ein Buch geschrieben, also ein gut vernetzter Mann, der auch in seiner Moskau-Zeit sehr, sehr viel mitgekriegt hatte, aus dem Kreml und im Kreml. Der schreibt in seinem Buch, er hätte Belege dafür, dass Putin, Wladimir Putin, sich diese Szenen, die im Netz kursierten, der Tötung, der Ermordung, der Schändung von Gaddafi angeschaut hätte und immer wieder angeschaut hätte. Das ist eigentlich fast so eine Art von, ja, wie soll man sagen, fast so eine Art von Schreckensszenario für ihn selber sein könnte. Ja, große Verbrecher an Staatsspitzen, die müssen eben fürchten um ihr Leben. Ja, irgendwo entweder Den Haag oder ein solches Ende, auf keinen Fall wahrscheinlich oder jedenfalls glaube ich das nicht, ein Ende in einer Luxusvilla in Sochi. Ob Putin das überhaupt wollte, ist die andere Frage. Auf keinen Fall, glaube ich, ein gemütliches Exil, wie es ja beispielsweise Idi Amin in Saudi-Arabien hatte oder manche andere auch. Nein, für Putin und für manche andere Autokraten ist einfach die Frage, wie endet es? Endet es auf einer Yacht? Endet es mit den Freunden? Endet es womöglich weiter an der Macht? Wie bei Stalin? Er kann ja noch lange, oder es endet und davor hat er wohl Angst in einem Schreckensszenario. Du hast dich von Gaddafi nicht schrecken lassen. Jedenfalls hast du ihm noch die unbequeme Frage gestellt, was denn mit seinem Planungsminister Omar al-Meheshi passiert ist. Was hat er darauf geantwortet? Deswegen war er ja überhaupt da, weil er das Schicksal des Herrn Meheshi ermitteln wollte. Ja, also wie gesagt, man wusste so gut wie sicher, was passiert ist, aber ich war ja noch nicht dabei und ich dachte mir, ob er in irgendeine Form darauf eingeht. Und ich war dann doch überrascht. Ich glaube, erstmal war er überrascht über die Frage. Er sagte dann, nee, den mussten wir, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau ein Problem, den mussten wir aus dem Verkehr ziehen, weil der ist durchgedreht. Also er hat praktisch zugegeben, dass sie sich ihm entledigt hatten, aber hat es erklärt als eine Tötung eines Menschen, der getötet werden musste, zum Schutz des Volkes. So würde er es gesehen haben, gerne. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu der Zeit nach Gaddafi. Wie ging es denn in Libyen weiter? Es ist ja ein Failing State jetzt. Ja, man würde jetzt gerne sagen, schlimmer hätte es nicht mehr kommen können und doch nach dem berühmten Satz aus dem Nahen Osten, es wird alles besser, bis es dann noch schlimmer wird. In Wahrheit hat sich das Land zerlegt in verschiedene Stammesgruppen, in verschiedene terroristische Strukturen, die sich einander bekämpfen, die aber bezeichnenderweise von fremden Mächten unterstützt werden. Frankreich hat seine Finger im Spiel, unter anderem Italien wohl auch, die Türkei, Russland. Die Wagner-Gruppe, Putins Wagner-Gruppe. Ja, und die Wagner-Gruppe ist sehr stark. Also es ist so, dass es immer wieder Versuche gibt, demokratische Strukturen einzuziehen. Dann hört man wieder, eine Regierung ist intripulierend an der Macht, die demokratische Wahlen organisieren will. Letztlich hat sich nichts verbessert, es ist alles eher noch schlechter geworden. Die Mordrate ist sehr hoch und die Bekämpfung der verschiedenen Milizen ist so intensiv, dass man sich eigentlich denken könnte, in Gaddafis Zeiten, jedenfalls in seinen ersten, ging es nicht so schlimm zu in dem Land. So ein bisschen wie beim Irak, ne? Da ist es ja auch drunter und drüber jetzt. Übrigens ein Sohn von Gaddafi, Saif Gaddafi, wurde zwischendurch ergriffen, wurde zum Todevorteil dann begnadigt, saß im Gefängnis, ist inzwischen frei und will sich jetzt bewerben als nächster Staatspräsident, wenn es denn Wahlen gibt, richtige demokratische Wahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gewählt wird, aber ausschließen kann man in diesem Land gar nichts. Sehr viele Kinder des Gaddafi haben ja die Wende sozusagen, also die Herrschaft des Volkes nicht überlebt. Ich habe mir das mal im Internet angeguckt, bei Wikipedia sind sie alle aufgezählt. Das sind ja glaube ich zehn ungefähr, zehn Kinder. Von der Frau Gaddafi haben wir gar nicht gesprochen, die gab es nämlich auch. Die meisten davon sind heute tot. Wie gesagt, Saif ist die Ausnahme und er kommt aus dem Gefängnis und er, weiß ich nicht in welcher Form von Größenwahlen, er sich das zutraut, dass er, rätselhafterweise für mich ist er genehmigt worden in der letzten demokratischen Wahl, in der Ankündigung der demokratischen Wahl, die dann aber wieder verschoben wurde. Keine Ahnung, wann es wirklich Wahlen gibt und ob er da dabei sein wird. Das leitet gut über zu unserer nächsten Folge. Wird es, aber vorher fürchte ich, Saif wird es nicht helfen, im grünen Buch seines Vaters zu blättern. Da steht die Lösung für Libyen nicht drin. Ich fürchte, da hast du recht. Lieber Erich, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in das politische Beduinenleben eines Despoten. Ja, schön, dass du da warst. Dankeschön. Aboneben. Vielen Dank. Sehr schön, oder? Sie können uns hier wieder彎aken. Vielen Dank.